Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Marion? Die sind nicht so gut, sondern so gut. Rufst du, Vati? Ja. Psst. Komm, ist auch ein. Schmeckt prima. Richtig blöd von Mami. Nimm deine Spange vom Tisch. Pudding? Nein, danke. Guten Appetit. Danke, gleichfalls. Vielleicht hat sie gar nicht geschlafen. Die Dame ist doch noch beleidigt. Hältst du das nur für die richtige Art? In der Praxis warst du auch nicht. Der Wagen hat gestreikt. Kann doch passieren. Warum hast du das nicht gesagt? Marion, kannst du mir einen Grund nennen, weshalb du mich angerufen hast? KOMPOWER! 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 Untertitelung des ZDF, 2020